Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Kudy mit einem weiteren Video zu Star Wars Jedi Survivor und heute geht es um alle Rekruten, die ihr braucht für die Kantine. So, 11 Stück an der Zahl haben wir und diesmal kümmern wir uns um Tina, wir haben wieder angefangen auf Kobo, Schnellreisepunkt wieder, der Bergaufstieg, hier haben wir auch schon Skowo, da geradeaus gegenüber, hinterm Wasser, ja, zu uns eingeladen in die Kantine und jetzt machen wir das Ganze mit Tina für die Kantine und zwar, wenn wir hier das kleine Flugvieh nehmen und dann einmal rüber zu der einsamen Hütte dort fliegen, dann haben wir auf der Rückseite theoretisch ein Wellblechteil, was im Weg ist, dort nämlich an dieser Stelle hier, das werden wir mit all unserer Macht hier entfernen und wenn wir das gemacht haben, können wir hier nämlich runter in den Höhleneingang und in den Höhlen gibt es viel zu tun, das lohnt sich also richtig da runter zu gehen, also nicht nur Sammelobjekte, legendäre Gegner und noch mehr, und noch mehr, also genau richtig, Kartenupgrade gibt es auch noch da unten, also es lohnt sich die Höhlen wirklich zu besuchen, werden wir jetzt nicht machen, sondern ich gehe jetzt wieder zurück und zwar direkt am Eingang bereits finden wir Tina, genau genommen ist das gar nicht Tina, sondern das ist T1N8, das wäre eigentlich dann TinB, die 8 würde man als B lesen, aber ich finde Tina ist auf alle Fälle die Sache wert, vom Namen her gesprochen zu werden, dort ist der Droide, den laden wir ein zur Kantine und dann haben wir einen weiteren für unsere Trophäensammlung rekrutiert, wie gesagt, alle 11 müssen wir natürlich für die entsprechende Trophäe mit nach Hause bringen, das war's, ich hoffe das Video hat euch geholfen, ich hoffe es hat gefallen, wenn dem so war, genau wie immer, denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls es noch nicht geschehen, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video, ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Gudi. Wir haben uns um sie gekümmert, du solltest gehen, bevor noch mehr kommen. Ja, ich kehre zum Außenposten Markers Reach zurück, wir haben dort gewohnt, hoffentlich sehen wir uns wieder. ...